Der Aziz ist übrigens kurz über seine Person, der ist Polyballett, Polyglot noch dazu. Der ist Journalist, der wohnt hier in Köln und arbeitet bei der Deutschen Welle. Journalist, Produkör hätte ich dem gesagt, der ist auch noch Musiker. Der Aziz ist nämlich Herr Schirmherr, die Messer ist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. Merci, Aziz. Tika Bango featuring Aziz Job. Aziz, Aziz, bitte, bleib bei mir, bleib bei uns. Ein riesen Applaus, Tika Bango featuring Aziz. Dass du hier unser Schirmherr bist, dass du uns unterstützt bei diesem Festival, dann möchten wir ein ganz, ganz großes Dankeschön dir sagen. Und ich finde, wir alle als Festival, vielen Dank, Aziz. Und wir haben zusammen mit Appliasek, hast du zusammen hier eine CD produziert, die Mitte Afrika Festival CD. Und was ich gerne wissen möchte, du kanntest Aziz ja gar nicht vorher. Also, du hattest von ihm gehört, aber persönlich kanntet ihr euch nicht. Wie ist das zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Doch, irgendwie 1998 habe ich den mal besucht im Senegal mit seiner Gruppe. Also, dann haben wir wieder uns mal hier getroffen. Also, dann haben wir diese gleiche Feeling gehabt. Und so habt ihr euch gefunden und habt uns ein Geschenk hinterlassen. Super. Dankeschön. Dankeschön.